Musik Wir befinden uns hier im neu errichteten Logistikzentrum, das 2019 in Betrieb genommen wurde. Und hier wurde im Zusammenhang mit der Firma Still die Lagereinrichtung und die hier im Einsatz befindlichen Flurförderfahrzeuge installiert und umgesetzt. Das sind Gabelstapler zum Be- und Entladen von LKWs, wir haben Schmarrgangkommissionierer, wir haben Routenzüge und Schlepper, um die Ware in die Produktion transportieren zu können. Wir haben die PXV-Testmaschine jetzt seit acht Monaten im Einsatz bei uns. Man kann dazu sagen, dass einige Punkte verbessert worden sind, unter anderem die Ergonomie ist aus meiner Sicht besser geworden und das Platzangebot. Die Geschwindigkeit, die Hubhöhe hat sich erhöht, die Leistung im Allgemeinen wurde grundsätzlich verbessert. Die Stabilität in 14,5 Metern Höhe ist schon beeindruckend. Musik Hier an dem Standort gibt es schon eine langjährige Zusammenarbeit mit der Firma Still. Ich arbeite gerne mit Still zusammen, weil der Servicetechniker vor Ort immer gute Lösungen hat, super freundlich ist, wir einen guten Kontakt haben, jederzeit erreichbar ist. Dadurch haben wir bei unseren Flurförderfahrzeugen sehr geringe Ausfallszeiten. Musik Musik Musik